hey leute schön dass ihr eingeschaltet habt zur ersten advents gewinnspielauslösung und ja es gab anubis challenge zu gewinnen zwei keys also zwei glückliche gewinnersteam hier heute und die gewinnchance ist relativ hoch denn es gibt nur sechs leute die mitgemacht haben habe mit mehr gerechnet aber trotzdem freue ich mich dass sechs leute mitgemacht haben dankeschön für die teilnahme leute und an alle anderen woran lag es bei euch warum habt ihr nicht mitgemacht das spiel nicht euer fall oder ist eventuell die art und weise wie ich auslose nicht nicht eure sache also da hätte ich gerne feedback und würde mich freuen wenn ihr das mal unter die kommentare schreibt weil ich möchte meinen kanal ja auch immer wieder verbessern und ja feedback ist dann mal gut so ich möchte aber auch die leute die mitgemacht haben nicht länger auf die folter spannen wird sagen legen wir los das kann ich nur eingeben sondern es kann zwei geben ok viel glück erzieht erzieht er ja zweimal justin also wir haben einmal den justin wolf und der justin rottstock herzlichen glückwunsch und viel spaß mit anubis challenge an alle anderen leute ja tut mir leid aber morgen geht das nächste gewinnspiel los ich glaube um ein uhr und ja da gibt es zwei spiele zu gewinnen was euch mal überraschen welche zwei spieler sein werden und ja da könnt ihr ja wieder mitmachen und an die zwei gewinner ich werde jetzt mit euch in kontakt treten per e mail und wenn ich dann von euch eine e mail zurück bekomme bekommt ihr danach auch direkt den key so können wir sicher sein dass es keinen schreibfehler gibt oder so ja dankeschön fürs mitmachen leute und ja wie gesagt denkt dran morgen gibt es das nächste gewinnspiel auf meinem kanal und ja morgen ist ja der zweite advent ja ich wünsche euch noch einen schönen samstag und bis dann